Moin moin Leute, willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2. Wir machen weiter, wo wir aufgehört haben, und zwar als erstes mal mit einem Heiltrank. So, reden wir doch mal mit ihm. Etwas bitter, wenn ihr mich fragt. Irgendwas fehlt da noch. Ich weiß nicht, habt ihr es mal mit Zucker probiert? Oder Milch? Ich schätze, es ist eher etwas für Kenner. Aber genug davon. So trinke ich aber auch meinen Kaffee. Der Fehlschlag am Palazzo wirft uns zurück. Davon müssen wir uns erst erholen. Sicher wird Emilio die Zeit nutzen, seine Verteidigung zu stärken. Und die Unterdrückung des Bezirks fortsetzen. Wir haben nicht dieselben Motive, aber wir haben dasselbe Ziel. Sammeln wir unsere Kräfte und versuchen es erneut. Übereilte Taten bringen nur weitere Verluste. Nein. Wir müssen abwarten und neue Pläne schmieden. Ich kann nicht untätig herumsitzen und warten. Nun, das müsst ihr nicht. Arbeitet mit uns. Meine Männer rappeln sich bereits wieder auf. Geht zu ihnen. Sie werden euch beschäftigen. Je eher ihr ihnen helft, desto eher können wir zuschlagen. Molto bene, Messere. Akzeptiert. Eine weise Entscheidung. Alter, ich kriege ja gerade mal richtig hammer viel Sachen. So, erstmal sie hier. Den Klettersprung wir erstmal kriegen. Salute, Rosa. Ihr scheint euch gut zu erholen. Wie gefällt euch, Venezia? Die Stadt hat Charme. Aber wie könnt ihr mit dem Gestank leben? Ekelhaft. Also? Was führt euch zu mir? Ich habe gehofft, ihr könntet mir bei etwas helfen. Und das wäre? Ich möchte so klettern lernen wie ihr. Oh. Verbene, das kann ich tun. Nun, ich nicht. Aber Franco kann. Franco, bewegt deinen Hintern. Zeig Ezio, wie man die Spitze des Gerüsts erreicht. Beginnt in einer hängenden Position. Dann springt zur Kante über euch. Erreicht ihr sie, greift mit der Hand danach und zieht euch hoch. So. Gesehen wie es geht? Ich glaube ja. Das werden wir ja sehen. Versucht es selbst. Hehehe. Ja! Affen machen alles nach. Auf jeden Fall. Äh, nein. Zack. Springt, Ezio. Zack. Zack. So. 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 Wie war ich? Es gibt bessere. Ah. Ihr trefft mich mit euren harten, harten Worten. Na gut, Angeber. Stellen wir euer Können auf die Probe. Ich bin ganz rohr. Trefft mich vor der Frari-Kirche. Hehehe. Japp. Wow, Alter. Ich werde gerade mit Geld zugeschustert. Oh, das geht ja gar nicht. Yeah. So. Ähm, 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 ähm. So. Die Frari-Kirche. Ist mir aber gerade mal egal. Ich werde das mal den Turbier erobern. Hehehe. Wow. Wir haben ja noch 23.000... Oha, 23.000 in der Truhe! Mamma mia! Bull do ba! HÄÄÄÄÄÄ! Fuuu! Aiaiaiaia! Alter, der Rutscht einde das Herz in der Hose! Nein! Nein! Puh! Ach, Mann! Mann! Ich bin ein hoffnungsloser Fall, auf jeden Fall. Na komm, kletter hoch! Okay, hab ich schon geschlagen gegeben. So. Okay, hast gewonnen. La 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 la. Na komm. Nein! Hier geht's lang. Zack, 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 zack. Na komm! Na geht doch! Da war etwas sehr bescheiden, aber ist auch egal. Hauptsache wir haben's geschafft, das ist die Hauptsache. So, den nächsten Turm erobert und ab nach unten sofort. Ach ne, stimmt ja, das geht ja nach unten. Siebenundzwanzig synchronisierte Dingsterbums da. Äh, ja. Ach, wie ist denn was? Leck mich! Nein, nein, nein! Hu! Hu! Mama Mia! Alter! Ich bin so ein Glückspilz! Eigentlich könnte ich jetzt, wenn ich jetzt nochmal die, ähm... woah, okay, ich hatte gerade'n Lack. Ha! Nein! Mach malo! Er muss spät dran sein und sie sehr schön. Ja, immer doch. So, endlich. Jupp. So, komm. Hoch da mit dir. So, das hätten wir auch geschafft. Ja, sehe ich genauso. Warte, wo ist denn die Frachenkirche? Äh... Ja doch. Ich lauf doch in der richtigen Richtung. Hä? Woooow. Ne ne. Alter, über 1000 F! Ähm, ey, 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 bleib mal stehen, bleib mal stehen, ey, ey! Tschüss! So, hier unten ist, glaube ich, drin. Ach, Melle! Ne, ne, alles tutti frutti! Ein Gerüst hochzuklettern ist schön und gut. Mal sehen, wie ihr euch im Freien schlagt. Zur Spitze des Turms, ja? Bin in einer Minute zurück. Einer Minute, willst du mich natzen? Ja, Ezio sagt zwar eine Minute, aber hier gibt's sie mir. Na komm, komm, komm! Zack! Zack! Ja, ja, ist ja schon gut. Warum gehen wir dich runter? Ja! Ja! Uaaaah! Ach, komm schon, meine Güte! Willst du mich natzen? Ja, komm! Jetzt reicht's mir aber! Ja, komm! Jetzt reicht's mir aber! Auf die eine Seite gehst du, ne? Auf die eine Seite gehst du, ne? Aber auf die andere Seite willst du nicht, oder? Oh, scheiße! Jetzt muss ich mich aber beeilen! Komm, 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 komm! Komm! Bewegtalasch! Lalalalala! Da-da-da-da-da-da-da-da! Da-da-da-da! Ja, aber vorher synchronisiere ich natürlich. Das ist doch klar. So, ach, hier bitte. Naja, war ja easy. Und? Sieht aus, als könnte ich euch nichts mehr beibringen. Ich sag Antonio Bescheid. Erledigt eure anderen Aufgaben. Bald ist es geschafft. So. Oh, ich denke, wir werden erstmal zu Leonardo gehen. Denn eine Konex-Seite ist eine Konex-Seite und die sollte man nicht so einfach verschwenden. Liebe Leute, kauft bei mir ein. Leonardo. Ezio, es ist gut, dich zu sehen. Wie kann ich dir helfen? Aha, du hast noch eine gefunden. Wie aufregend. Jupp, immer wieder. Das kommt hier runter. Ich bringe das dort hoch und überblende mit... Ich hab's. Wow, verkehrt schnell. Gehen wir mal kurz zum Schmied. Ich hab's. Ich hab's. Was ihr braucht. Wohl irgendein... Uuuh. Teuer. Alter. Eigentlich könnte ich das ganz gut gebrauchen. Aber ist ja auch egal. So, was haben wir denn hier so? Streitkolben, das da, kavalerische, krummse... Krummsebel. Ich liebe den Krummsebel. Sorry, aber den muss ich mir kaufen, Leute. Gelehrte Ochsenzunge. Oh, ja, Mann. Ich hab meine ganzen Waffen wieder. Äh. Kochpunkt war mal voll. Das ist gut. Jupp, danke. So, wir werden mal kurz... Äh... Äh... Wo sind denn hier die Schnellreiserstatze? Uh, da unten ist noch eine. Ist ja auch egal. Nee, tut mir leid. Leute. Jupp, Montenegro ist wert. Nee, Montenegro ist wert. Oh, jetzt hab ich meine Lieblingswaffen wieder. Hehehe. Vor allen Dingen beides aus den orientalischen Ländern. Den Krummsebel. Und den Eulen, äh, Deutsch des Sultans. Ach Gott, wie hab ich euch vermisst. Jupp. Warte. Das sagt, Transmission, aber die ist mir grad mal egal. Ja, ich sollte mich beeilen. So, Florenz Montreggio, die Villa. Auf jeden Fall. So. Reisen wir mal ein bisschen, holen uns das Geld und, äh... Ja. Dann können wir auch endlich mal, äh, mehr in die Stadt investieren, was uns eigentlich herzlich wenig bringt. Das ist mir aber relativ egal. Wie ich schon mal sagte, äh, interessiert mich das eigentlich herzlich wenig, dass ich in die Stadt investiere, weil, äh, das Geld... Ich geh so wenig in die Stadt, was bringt mir das? Ganz ehrlich. Ah, na gut. Um des Friedens willen werden wir's mal machen. Und, äh, werden mal in die Stadt investieren. Dann können wir die letzten zwei Minuten damit verbringen. Und, äh, joa. Das war's eigentlich. Gemälde hast du noch mit Sicherheit, oder? Oh, auf jeden Fall. Und, äh, ja, 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 ja. So, da haben wir ja sowieso noch, äh, ein paar Sachen gekodext haben. Ja, ja, ist mir aber... Halt! Das Geld! So! Haben wir wieder ganz viel Geld. So, äh... Wie geht denn das nochmal? Ah, genau. So einmal... Haben wir sonst noch was gekriegt? Ich glaub nicht, ne? Da ist die Korte, da ist die Korte, da ist die Korte, äh... Ja, doch, da unten. So rum. So. Ja, ich glaub, das war's, oder? Ja. Das war's. So. Jetzt reden wir noch schnell mit dem Architekten. Buongiorno. Salute, Saezio. Sollen wir uns die Liste anschauen? Ja, gerne. So. Dürfte ich mal bitte... So, der Kunsthändler. Oh. Okay. Hm. So, der Kunsthändler. So. 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 Ich glaube, ich mache eher mit den Kutz Zettler mal eben. Und äh. Wir haben doch die 5000. Geil. Wir haben die ganze Stadt jetzt renoviert. Sauber. Noch besser kann es doch gar nicht laufen. Buon viaggio. Woo. Ho 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 ho. Alter. 48.000 von Monterey. Ist ja auch egal. Wir sind fertig damit. Und ähm. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal, Leute. Bei Let's Play Assassin's Creed 2.